Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Battlegrounds, heute im F.E.A.R.S.W.A.T. geht es eine Runde mit Murphy, Steven und Vincent. War ein bisschen verrückte Runde, ging ein bisschen viel Chaos zwischendurch los. Ja, ich wünsche euch viel Spaß damit. Oder halt Novo Rap neu, kann man auch machen, wenn man Action will. Oder Miltar. Wie heißt es auch, wir machen Miele-Base, oder? Miele-Base? Miele-Base, kann man auf dem Dach landen? Ja, kann man. Also wie hat höchstlich von uns kommen welchen? Also, wir sind, glaube ich, recht alleine hier, ne? Nur links. Links ein Squad. Die werden reinlaufen. Nee, links sind zwei Squats. Das sind ein paar mehr. Ja, das ist aber bei der Hafenstadt. Hinter uns sind direkt welche, die landen auch. Miele-Base. Ah, scheiß auf Dach. Hier ins Erste hier. Boah, ich bin direkt vor dem Haupteingang gelandert. Wie geil ist das denn? Oh, ich bin direkt in der SKS. Die ist noch gar nicht gespawnt gewesen, wo ich hier aufpickt hab. Nice. Und ein 16. Ja, die do... UMP-3er-Backpack. Sick, alter. Nice. Und Extended merkt dafür auch sofort. Ja, passt auf, ne? Wenn hier irgendwie Leute reinkommen. Hier läuft einer rum. Bei mir. Du bist, glaube ich, alleine, oder? Ja, ich bin alleine. Das ist keiner von uns. Vorsichtig sein. Ja, ja. Oh, na, komm. Geil. Oh, geil, alter. First Aid-Kids. Das First Aids-Kid. Ohne. Speyerwesten hab ich noch. Naja, ich hab noch übrig hier eine. Falls ihr keine findet in meinem Polizeigabäude, habt ihr noch. Ich hab das Gefühl, der läuft oben auf dem Dach rum. Kann sein. Wenn er drauf gelandet ist. Ich glaub, ich komm zu einem von euch. Ja, das ist Dach. Hundertprozentig. Ja, dann kannst du dich doch eigentlich relativ gut verpissen da. Mit dem Stress erstmal ausweichen. Aber mach du mal. Den warst du schon ganz oben drauf auf dem Dach? Auf meinem war ich schon ganz oben nicht gelandet. Ich muss sagen, das ist das erste Mal, dass ich Miele Base gelandet bin. Ich war hier noch nie. Wir sind sogar in der Zone noch. Echt? Wie gut ist das? Wir können sogar richtig loopen, wenn wir wollen, ey. Was bei dir auf dem Dach ausgesagt ist einer. Jojo, mach mal. Ich geh jetzt gucken. Wie komm ich denn von dem Gebäude aufs Dach drauf? Nur außen. Okay, dann ist ja egal. Kann ich ja drin loopen. Aber der ist nicht mehr hier oben. Also hier oben ist niemand mehr. Also Vorsicht. Oben ist noch ne Saiger oben bei mir. Und zwei im Backpack. Ich hab ne Car gefunden. Oh ne Car, die würd ich gerne nehmen. Kannst du die mitbringen? Hab ich im Moment ausgerüstet jetzt. Ich kann dir ne AKM geben. Ich hab ne M16. Der AKM ist doch besser weg Auto. Nö, ich will, ich will Car. Kommt man auf die Garagen oben drauf? Oder ist Zeug drauf? Weiß ich nicht. Welche Garagen meinst du denn? Wo sind die? Hier bei mir. Ich hab hier ne AKM übrigens übrig. Ich hab für die Scar auch noch ne Quikdraw. Oh, die wird geschossen. Kann ich sehen. Er ist zwischen 15 und 30. Ben bei euch direkt. Hinter euch im Haus. Gauners, ey. Ich hab ihn ausgenockt. Schön. Aber nur ausgenockt. Er ist tot. Er ist tot. Sorry Ben. Ich hab grad abgeschlossen. Ich wusste nicht, dass du hinter mir stehst. Hier bei mir ist einer. Komm mal. Ab ihn. Er ist instant tot gewesen. Ah, das war der letzte. Ich loote den ersten. Ich geb die Rückendeckung. Ja. Erst Elfkill, ein paar Aufsätze. Steven, du hast SKS ne? Ja. Ich hab ein Extended Mag für dich. Hab ich schon. Lags weg mit der SKS. Ja, hatte ich auch lustigerweise. Ich hab noch ein SKS AWM Extended Mag, wenn das mal wir brauch. Warte, was hab ich denn? Ich hab ein SKS Quickdraw Mag vor. Deswegen soll ja Extended ist deutlich besser als das Quickdraw. Schwimmen wir jetzt? Oder versuchen wir irgendwie ein Schiff zu finden oder so? Das wäre vielleicht sinnvoller dann direkt. Ja, Schiffe stehen hier aber echt genug. Mit dich aber dann zu gehen, sozusagen. Nicht noch weiter nach Osten. Steven, ich muss dir nochmal danken, dass du Tobi erklärt hast, dass wenn man taucht, dass man schneller schwimmt. Ihr wollt mir das nicht glauben. Lol. Er war der Meinung, schwimmen dauert 10 Minuten oder 3 Minuten rüber. Nee. Eine Minute vielleicht. Ja, wenn man taucht. Muss nur aufpassen. Hier. Ah, gut, ist ein Holo. Ist okay. Nehm ich eigentlich lieber sogar lieber als ein Red Dot. Red Dot hab ich grad weggeschmissen. Nee, das hab ich auch in meiner Wasser drauf gemacht. Was, du hast das weggeschmissen? Dann gibt das mir das geiler. Nee, ich benutze das. Ja, ich auch benutze das. Ist ne SKS, falls jemand haben möchte. Haben wir schon zwei im Team. Ich glaub, das wär jetzt noch eine. Äh, willst du ne UMP haben? Oh, ja, ja. Will jemand SCAR? Wie viele Aufsätze hast du für die SCAR ist die Frage. Noch ne K9. So, insgesamt 3. Wie viel hast du übrig davon? Hier ist ein 16. Hier ist die SCAR auf jeden Fall, wenn die jemand will. Ja, ich brauch die. Ich hab schon ne SCAR, ich brauch sie nicht. Musst du in den Turm kommen, Steven? Ach, in den Turm. Ich dachte ich, na gut, dann geh ich in den Turm. Hier liegt einiges rum. Also zwei Sniper und ne UMP. Oh, das wäre ein externe Mac für den Sword Raffle hätte ich noch übrig. Hm, hab ich schon. Wo ist die UMP? Da. Da vorne dritten. Ich hab dich nicht allstückel verstanden, mein Sound ist zu laut. Läuf! Ich schreib dich gerade an. Ja, Boote sind schon scheiße schnell. Deckung, ich hab Deckung aufgebaut. So, jetzt hör ich wieder was. Aber bloß nicht aussteigen, während das noch fährt. Du überfährst nicht mit 90%iger Wahrscheinlichkeit. Äh, ich hab gesagt, das hast du nur auf den EU-Servern, dieses desünken und dieses rumglitschen von den Fahrzeugen. Gehen wir Pochinki oder? Beschuss. Von Osten, 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 Osten. Hinter uns. Ich glaub der Jeep. Die stehen am Jeep, ja. Direkt hinter uns im Jeep. Ja, wir steigen auch gerade aus. Ich bin getroffen. Oh, ich muss hinterm Baum. Ja, alle müssen uns jetzt erstmal Deckung suchen, das macht so keinen Sinn. Oh Gott, schießen die viel, wieso leb ich noch? Leute, die schießen nicht auf mich, das ist so nice. Die schießen alle auf mich? Ich hab einen getaggt. Einen hab ich getaggt auf jeden Fall. Au. Ja, die haben ne SKS mit nem mindestens 4er Scope. Oh, einer ist hart gehitit. Ne, die haben ne SKS mit mindestens 4er Scope. So wie die treffen. Oha. Bin übrigens down. Versuch dich zu retten. Ne, mach nicht. Die schießen doch nur voll auf dich. Die schießen zu gut. Geht. Du kannst doch getroffen. Oh mein Gott, Alter. Der Fu ist geschossen. Wie gesagt. Ich komm einmal raus, ich krieg direkt 3x. Ah, hinten rechts am Fahrzeug ist einer vorne. Das brennt sogar schon fast. Du wirst doch getroffen oder du stehst. Komm wieder rein. Wenn du kannst. Sonst schießen wir nicht gleich in Kopf. Ausgenockt. Nice. Okay. Da bin ich einfach noch einer am flachen Fahrzeug. Rennt dort rum. Ja, da schieß ich grad drauf. Praktische Position. Oben aufm Berg. Oh, ich hab ihn gehittet. Komm wieder. Nice. Hab ihn ge... Knockout. Knockout durchs Auto. Geil, Alter. Die fahren mit dem Auto weg. Knockout. Knockout. Der dritte. Das Auto brennt. Das heißt, die brennt gleich weg. Oh, jetzt bin ich getroffen worden. Das Auto ist explodiert. Ich komm zu dir hoch. Oh, hier oben schießt immer noch jemand, oder? Schießt, finde ich jetzt von... Ich schieße. Hab'n Kill. Sehr schön. Einer down. Links vom Jeep ist einer weggerannt. Irgendwo. Wenn du hier gleich rechts lang guckst, du siehst den hinterm Jeep direkt. Wir müssen los, ne? Wir sind im Kreis. Ne, wir sind im Kreis. Alles gut. Wir haben eine Zeit, aber erstmal gar nicht. Da laufen welche. Ich hitt ihn gut. Ach, der ist. Habe ich mit der Kage hättet? Weiß ich nicht. Hab' hier nen Schalldämpfer? Nö. Einer unten am Haus. 60 Grad. Einer am Baum. Renn weg. Am Haus unten ist einer. 60 am Schuppen. Ja. Ja. Oh shit, der ist ja herbe nah. Am gelben Haus doch, oder? Ja. Nicht am Schuppen. Am gelben Haus. Oh Gott. Die fahren mit dem Buggy weg. Ich hab'n Kill. Am gelben Haus fahren sie mit dem Buggy weg. Ja gut, sie fahren weg. Jetzt geh' ich da aber hin und guck' ob die irgendwas hatten. Sind alle noch am Leben? Ne, einer ist tot. Zwei sind doch insgesamt gestorben. Bei? Ja, einen hast du doch gekillt und einen hat Murphy gekillt. Achso, ne, ich meinte von uns. Achso, ja. Von uns noch alle am Leben. Ähm, Murphy, hast du noch mehr zum Heilen? Oh, ich bin direkt der Schuhe. Alter. Aha, ich werd von hinten beschossen. Ich hab'n ausgenockt. Ich seh' ihn. Ja, ja. Ausgenockt. Scheiße. Ja klar, ich hab'n soviel drin. Hab'n den Hilf. Hinter, Buggy. Hinter, Buggy. Hinter uns Buggy. Hinter uns Buggy auch noch. Oh, ja. Er ist ausgestiegen. Er ist ausgestiegen. Er ist ausgestiegen. Hütte. Kleines Hütchen. Kleines Hütchen. Scheiß raus. Ich. Ja, Eingangpreis. Noch einer ausgenockt unter der Hütte. Ist tot. Fuck, ich brauch' hier echt Hilfe irgendwie. Hier liegt noch ne SKS. Hier liegt noch ne fucking SKS. Muss Painkiller und so grad'n nehmen. Wir sind doch noch im Kreis drin. What the fuck. Wir haben Glück. Wo ist ne Muffy gestorben? Läu hier drin. Ja, ich bin gerade reingegangen. Ja, er ist mal noch an dem Block da. Bei mir hat er das komplett woanders angezeigt. Im Scheißhaus? Ja, am Scheißhaus. Dahinter ist. Er ist reingelaufen. Ja, mach' ich gesehen. Ja, die können wir aufschießen. Das ist nicht das Problem. Was muss hinter auf den Leuten? Einen hab' ich nicht ausgenockt, aber ist nicht gestorben. So. Einen hab' ich gekillt davon. So. Ich schieß auf die Tür, damit die aufkällt. Aber irgendwie gehen die nicht auf. Aber hinter uns können noch welche sein. Vorsicht. Tür ist wieder offen. Tür aufgemacht. Ist die Kombination mit der Granate weit genug? Ich glaube nicht, oder? Ne. Ich hab' einen gekillt. Oh cool, wo ist der denn noch gestorben? Ist wahrscheinlich der hinter dem Dingens gewesen. Ne, hinter dem shoppen meinst du? Ja, ja, da hab' ich einen ausgenockt. Ne, ne, den hab' ich direkt gekillt. Der hast du hier mit Smoken? Aber ich hab' grad noch einen ausgenockt. Ja, keine Ahnung. War irgendwann ein anderer der noch ausgenockt war. Da ist er. Hit. Hit. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Er ist tot. Sehr schön tot. Ich geh' jetzt über uns. Über uns müssen wir ein bisschen hin. Ja, ja. Wir sollten alle wahrscheinlich mal ein bisschen kurz gucken, ob die irgendwie Sire haben oder sowas. Ja, ja. Am Haus wird noch gefeuert. Am Haus wird noch gefeuert. Der Duhl vielleicht nicht. Am Haus wird noch geschossen. Hier sind zwei. Ach, hier sind zwei gestorben. Okay. Ja, kein Visier dabei. Ein angled 4-Roll. Wir wollen den nächsten. Haben die Medpacks oder sowas dabei? Fürs 8-Kett ist hier eins drin bei mir. Hier ist ein Scope. Hab's mitgenommen. Ich geh' nochmal an das Haus gucken. Was die hatten. Hier ist ein 4er-Scope. Hab' ich abzugeben. Jetzt ganz schnell noch. Gibt's erstmal Marvin. Marvin? Ja. Loll, die Smokes. Jetzt erst. Die hab' ich... Ich war zu weit weg für die Smokes. Die haben mir nicht gerendert. Läuft. Oh, ich wollt grad sagen. Ist da noch einer? Warum sind die auch immer Smokes? Ne. Wir waren zu weit weg für die Smokes zum Rendern. Weil vorhin hat auch jemand angesagt, der kommt mit Smokes. Du Cheater, ey. Ja, aber es hat ihn nicht so viel gebracht. Der hat da scheiße geschmissen. Doch, das hätte was gebracht. Hätte... Hätte... Ich hab' ja 2 4er-Scopes. Ja, ich... Nice. Ich hab' eins grad abgegeben. Ich geb' auch 2. Jungs, Alter, nice. Bis jetzt noch 3 am Leben. Einer bis jetzt tot. Braucht jemand noch Medics? Ne, ich hab. Ich hab' noch 4 Painkillers und 2 Energies. Könnt's mir noch... Natürlich sind Rutschenkirchen, ja. Das ist Rutschenkirchen, ja. Okay, aber wir kommen von der richtigen Richtung. Aber... Im Südwesten... Im Südwesten sind wahrscheinlich noch Leute. Mhm. Aber leid jetzt nicht, wenn die zu weit weg sind wie ein Wilder, dann auch. Ja, das mein' ich. Weil das verrätert unsere Posi, ne? Und dann gucken andere Leute hier hin. Geht da oben, ne? 15 auf 15 ist einer. Hab' ich einen langlaufen sehen. Der ist nach, äh... Osten gelaufen. Nach Osten? Ja. Also raus aus der Zone. Oh, direkt vor mir, direkt vor mir, direkt vor mir. Zwei Stück. Ja, ich seh'se. Ausgelockt. Drei. Einer tot. Zwei ausgelockt. Ey Steven, was ist los bei dir? Ich treff' einfach Lack gebaut. Du musst mich heilen. Ich bin grade weg, du holst erst mal zwei. Direkt, direkt. 120 beim nächsten Baum von mir. Da ist einer. Sind die jetzt... Ne, der kriecht da noch. Warte. Ne, da sind sie dann noch Mate 120. Oh, Marvin. Die einen Hauptbaum weiter. Nate, links von dir. Boah, schön angesagt, Alter. Schön angesagt. Muss ran. Hier sind ich. Oh fuck, ich werd' angeschossen von hinten. Hab' ihn getillt, Marvin. Hab' ihn getillt. Ich hab' ihn getillt. Ich hab' ihn von Westen angeschossen, Jungs. Ich auch, ich auch. Oh nein. Nein, Süd-Sieb-Sieb-Osten. Gut, Süden. Ich wurde aus Süden angeschossen. Süden, da war einer. Guck' weiter rechts. Hinter dem Baum. Der große. Ich seh's noch. Auf mich wird geschossen. Boah. Da oben irgendwo. What the fuck? Marvin, die auf mich? Leiser. Im Süden, im Süden ist einer. Ja, ich seh' ihn. Sehr schön. Der ist gestorben. Aber das waren nicht wir. Hinter uns ist da. Da, ich seh' ihn laufen. Direkt zwischen 15 und 30 zum nächsten Baum. Das müsst ihr machen. Ich guck' in die andere Richtung. Beim Süden sind auch noch Leute irgendwie, die geschossen haben. Hab' ihn zweimal gehitet. Poppt euch ruhig, Booster jetzt noch. Hier, direkt vor mir, Mann. Direkt vor mir. Hab' ihn. Ja. Scheiße. Ich hab' keine Muni mehr für die SKS. Er kippt mit Damage. Er muss, er muss rennen. Er muss jetzt gleich rennen. Ich muss gleich aushalten. Ich muss gleich aushalten. Ich muss gleich aushalten. Ich muss gleich aushalten, Steven. Pass auf. Von hinten, von hinten. Nein, ich hab' ihn gedowned. Den Typen mit. Oh, ich werd' grad... Oh, direkt wo ich stand. Da steht einer. Ja. Hinter dir, Steven. Nice. Sorry, ich musste jetzt mal... Wohin, da steht immer noch einer. Da liegt einer. Rechts sind die an dem Baum. Der, da vorne. Siehst du den nicht? Den, ich seh' ihn. Ich muss grad' Madpack. Okay. Ich hab' den Typen gehabt gekillt, der dort bei Marvin gleich stand. Oh, gut, danke. Wo kam die alle her, ey? Das ist voll Stress. Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn. Ja, auf den hab' ich auch noch geschossen. Sehr schön. Hinter uns irgendwo 15 hab' ich noch welche gesehen. Der am Stein... Den hab' ich getötet bei 15. Also, einen hab' ich getötet bei 15. Okay, okay. Ben, lass' mal... Ich muss mal kurz beim Marvin looten, wegen ich... Ich auch. Ich brauch' SKS Amazon. Das ist Muni ohne Ende von mir. Muni nicht, ich brauch' Medix. Das ist auch ohne Ende Medix. Hab' ich von dir genommen. Oh, 7 First 8 Kits, ja. Dann würd' ich sagen, ist ohne Ende Medix. Oh, Booster, haut doch hier Booster rein. Eine Zeit hab' noch. Auch erst die Muni. Ich sagte, haut euch die Booster rein, ne könnt. Oh, und 3er Helden. Wie viel Zeit habt ihr noch bis zur nächsten Wand? 30 Sekunden. Okay, okay. Ja, haut euch mit Boostern voll, ne? Ja. Ich muss einmal Boostern. Rauen rein. Mach das. Habe ich auch nen 3er Helm, das ist ganz sick. Das ist immer noch ein 1er. Weil ich habe keinen einzigen Schuss in den Kopf bekommen bisher. Ich auch nicht, aber der hat nen 3er Helm, warum nicht? Wir müssen aber jetzt nicht unbedingt hier oben auf den Berg, oder? Ja. Ähm. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Vor uns. Du hattest kaum noch Leben, schon direkt. Nee, das waren 4 Einzelne. Nee, der war direkt vor mir, ich hab ihn noch gesehen. Ich mein, wir sind jetzt viertes Team, es waren noch 50 Stück am Leben, also waren das 4 Einzelne. Naja, dumm gelaufen, da hätte man nicht rennen sollen so früh. Nee. War nicht so nah bei einem Arm. Egal, das war Hammer die Runde, ich hab 8 Leute gekillt. Ja, ich hab auch 4. Ich hab 2 nur. Aber 60 Hitpoints gemacht. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Weißt du, das hätt ich jetzt noch gern gesehen. Boah. Da war das nur noch ein Clusterfuck. Ja, das ist ein bisschen mein Problem mit Squad, am Ende ist es immer ein Clusterfuck.